ARD, erklär doch mal, was machen wir? Wo sind wir? Wir sind... Wir sind Gefangenen in einem Loch. Wartet doch mal Leute, das ist ernst. Wir sind noch gar nicht fertig. Auf jeden Fall, das Ziel dieser Map ist, dass wir uns erstmal so ein paar Sachen holen. Na komm, Creeper, pass auf, pass auf Creeper! Dann in den Dankes, die Victory Mama in den Film. Wie wir alle mit spielen! Oh nein! Ich bin der Krieger. Ich hab Hosen, ich bin der Schneider. Ich hab auch ne Hose. Äh, ja. Dann machen wir aus der anderen am besten ne Ho oder sowas in der Art. Ne Ho? Ne Hoddy der Ho. Ne Ho-Re. Dattel einfach, ist das dein Ernst? Wieso haben wir das denn nicht wieder abbauen, Mann? So, Pokale, so gesagt, reinfüllen. Und wenn man das komplett... Halt die Fresse! So, ähm... Wir brauchen aber nicht Essen, weil wenn wir kein Essen haben, brauchen wir... Und wenn wir brauchen... Hauen wir mal die ganzen Zombies hier kaputt in der Umgebung. Fließen ganz viele Tränen. Hallo Hodgins, hallo, 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 hallo. So, die ins Bett kommen, los. Adi, bitte mach was nützliches. Schlag mich nicht einmal, bitte! Dann sterbe ich. Dann hör auf mich zu boxen, wenn du das Echo nicht vertragen kannst. Du bist ganz Junge. Bist du ein Hurensohn? Bin ich jemand anders? Du Wichsseiz, hör auf! Mann! Bin ich jemanden ammer Hurensohn. Ich glaube, dass ich direkt die Mütepause morgen hab. Nein! Das eskaliert. So, mein Zaubertrank, Mann. Den hab ich nicht. Mein Zaubertrank. Da hab ich die Wehr dahin geh. Mein Zaubertrank, Bruder. Mein Zaubertrank, Bruder. Ich glaub, den hat Revi also genommen. Wo ist mein Zaubertrank? Mann, Revi! Ich hab deinen Zaubertrank! Ich hab deinen Zaubertrank! Chill! Hatten wir, ne? Hatten wir eigentlich. Aber... Where are they? I don't know! Hä? Ich dachte, das wär so'n richtig cooler Revi-Trick. Aber ist einfach das simpelste der Welt. Aber... Hey, du hast was Kluges von Revi erwartet? Ja, ich hab mich auch kurz über mich gewundert. Ich komme! Ey, leg da dir Revi! Ah! Ah! Revi! Revi ist der Mann. Revi hat voll süß geschrien. Auf jeden Fall hab ich all deine Sachen. Oh, ich hab eine Schaltblattel. Wenn dein Fangirl wär, wär's jetzt gekommen. Unser Meth wollte ich grad sagen. Unser Weizen. Hahaha. Meth. Das renne ich voll schnell. Oh, Taddel. Komm, Adi. Komm. Komm, lauf, lauf! Au! 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 Oh, kacke! Oh, kacke!